Nando Raphael ist ein deutsch-angolanischer Fußballspieler. Vor dem Profisport. Sein Heimatland Angola verließ er im Alter von acht Jahren, nachdem beide Eltern im Bürgerkrieg ums Leben gekommen waren. Raphael überlebte nur, weil er zum Zeitpunkt des Angriffs im Nachbarort Fußball spielte. Zunächst wanderte er illegal in die Niederlande ein. Nach zehn Jahren bekam er nach langen Auseinandersetzungen mit den niederländischen Behörden einen niederländischen Pass. Jedoch keine Arbeitserlaubnis, was ihn schließlich nach Deutschland führte. Seit Juli 2005 besitzt er die deutsche Staatsangehörigkeit. Karriere Schon in Angola spielte Raphael Fußball. In den Niederlanden schloss er sich der renommierten Jugendabteilung von Ajax Amsterdam an, um dort sein Fußballspiel zu verbessern. Im Sommer 2002 wechselte er nach Berlin zu Hertha BSC. Obwohl er dort in drei Jahren viele Einsätze hatte, sollte der endgültige Durchbruch nicht gelingen, weshalb er im Winter 2006 die Berliner verließ, um bei Borussia Mönchengladbach einen Neuanfang zu starten. In seiner zweiten Saison bei der Borussia stieg die Mannschaft in die zweite Liga ab. Dort gehörte Raphael mit nur zwölf Einsätzen nicht zum Stammpersonal der Borussia. Am Ende der Saison 2007-08 stieg er mit dem Team wieder in die Bundesliga auf. Trotz dieses Erfolgs entschied sich Raphael zu einem erneuten Vereinswechsel. In Dänemark bei Aarhus GF fand er einen neuen Arbeitgeber. Dort erzielte er in 32 Ligaspielen zehn Tore. Zu Beginn der Rückrunde der Saison 2019 verpflichtete damalige deutsche Zweitligist FC Augsburg Raphael. Er unterschrieb an seinem Geburtstag einen Vertrag bis Saisonende. Am Ende der Spielzeit 2010-11 stieg Raphael mit dem FC Augsburg in die Bundesliga auf. Am 31. März 2012 erzielte er beim 2-1-Sieg im Heimspiel über den 1. FC Köln mit dem Siegtreffer in der 45. Minute per Elfmeter sein erstes Bundesligator für Augsburg. In der Sommerpause 2012 wechselte Raphael zu Fortuna Düsseldorf. Da er nur einen Vertrag mit Gültigkeit für die Bundesliga hatte, endete sein Engagement mit dem Abstieg der Düsseldorfer zum Ende der Saison 2012 Dreizehntel. Insgesamt absolvierte er für die Düsseldorfer Elfspiele und erzielte dabei zwei Tore. Am 1. Juli 2013 wurde er vom chinesischen Erstligisten Henan Jianye verpflichtet. Nachdem er seit dem 1. Januar 2015 vereinslos war, verpflichtete ihn der VfL Bochum im Sommer 2015 und stattete ihn mit einem Einjahresvertrag aus, der für die Zweitligasaison 2015 Sechzehntel gültig ist. Raphael absolvierte für die deutsche U21-Nationalmannschaft 13 Länderspiele und erzielte dabei fünf Tore. Am 5. Januar 2012 wurde er erstmals in die angolanische Fußball-Nationalmannschaft berufen und gab sein Debüt am 26. Januar 2012 beim Afrika Cup. Gegen den Sudan. Privat. Raphael lebt mit seiner Freundin zusammen. Die gemeinsame Tochter kam im Dezember 2006 zur Welt. Seit 2011 engagiert sich Nando Raphael bei Show Racism The Aid Card Deutschland TV. Er beteiligte sich durch eine Videobotschaft an der Bildungsinitiative und berichtete über seine eigenen Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung. Karin Spiegel